Bei den OER-Camps oder bei den EDU-Camps gibt es sehr häufig die Wahrnehmung, dass da immer die gleichen Leute hinkommen. Wir haben uns mal die Zahlen angeschaut und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, woran das liegt, dass die Wahrnehmung da ist, obwohl die Zahlen es gar nicht hergeben. Bei den EDU-Camps fragen wir immer mal wieder ab bei der Anmeldung, kennst du schon die EDU-Camps oder fragen beim Feedback ab, kennst du schon die EDU-Camps, warst du schon mal da? Und ganz pauschal kann man sagen, dass es immer ungefähr die Hälfte ist von Menschen, die das erste Mal beim EDU-Camp sind, bei jedem EDU-Camp. Und man muss auch sagen, es wird sozusagen schwieriger, weil alle Leute, die bei den EDU-Camps waren, schon mal wiederkommen, nicht mehr das erste Mal dabei sind. Bei den OER-Camps haben wir die Zahlen auch nochmal angeguckt, jetzt für die letzten Jahre, wo wir ein bisschen systematischer und größer die Veranstaltung machen und auswerten können. Und insgesamt über diese Veranstaltung sind 61% der Menschen das erste Mal beim EDU-Camp gewesen, Quatsch, beim OER-Camp gewesen. Und wenn man die Leute, die schon einmal da waren, aber nicht häufiger noch als Newbie zählt, dann haben wir 75%, also genau drei Viertel der Menschen, die tatsächlich als Newbie beim OER-Camp dabei sind. Das heißt, die Zahlen geben das eigentlich nicht her, dass man sagt, da sieht man immer die gleichen Leute. Jetzt habe ich mir überlegt, woran liegt das? Ich glaube, das sind so zwei Faktoren, die bei Menschen in die Wahrnehmung reinspielen, wenn man sich denkt, oh Mensch, viele bekannte Gesichter oder ja, hier kennen sich schon alle oder sowas. Das eine ist, dass es bei beiden Veranstaltungen eine relativ herzliche Atmosphäre gibt. Also viele Menschen, die sich dann da wieder treffen, die tatsächlich schon mal da sind, fallen dadurch auf, dass sie nicht jemanden freundlich begrüßen, sondern vielleicht sich auch umarmen zur Begrüßung. Das macht sozusagen einen qualitativen Unterschied aus, vielleicht gegenüber dem, keine Ahnung, Apotheker-Marketing-Kongress. Nicht, dass ich irgendwas über den Apotheker-Marketing-Kongress wüsste, aber mein Vorurteil ist, dass es da etwas distanzierter vor sich geht. Und das Zweite ist, dass wenn man tatsächlich zu denen gehört, die das beurteilen können, also dafür muss man ja schon mehrmals da gewesen sein, um zu sehen, das sind immer die gleichen Leute, dann ist das, glaube ich, eine Verzerrung in der Wahrnehmung, weil wenn man durch den Raum guckt und da sind 100 Leute drin und man bleibt bei den Leuten hängen, die man kennt und sagt, ah, den kenne ich schon, die kenne ich, ah, den habe ich doch auch schon mal gesehen, dann bleibt man natürlich nur bei denen hängen, die man schon kennt. Über die anderen guckt man sozusagen drüber. Das vermute ich könnte dazu beitragen, dass es diese Verzerrung gibt, dass man glaubt, das sind immer die gleichen Leute.